jetzt hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ttt ich wünsche euch viel spaß wo man muss auch hallo sagen ich bin ja voll kacki gespawnt wie kommt bei ihr wieder raus hinter den zug scheiß direktor sind ihren zug ich komme zu dir kommt zu dir wenn ich gleich tot bin was dann tom gehaltskopf tschuldigung ja ja da komme ich auch durch cool hat was gefunden wo ich durchkommen ja ich bin bei dir das ist rum hallo rum hast du auf mich geschossen gar nicht da nein habe ich nicht würdest du nie tun ich glaube eine traiter falle wurde aktiviert es kommt nämlich gerade so ein fetter hubschrauber der kommt immer ach so ok wusste ich nicht rumen hatten einen spitzen an bei mir da oben oben da oben sehen aber ich finde es nicht gut dass wir alle treffen an die weg verpistet nein ich schießt daneben menschen die enttäuscht getötet 22 leben noch tschuldigung da konnte jetzt nicht wieder stehen eigentlich wollte ich ja ihn wiederbeleben aber beide aufeinand ich dachte ich würde sich erst mal aufhalten wenn wir einfach durchgelaufen wer ist da eine kitty ja mit einer scheiß waffe und die andere waffe die ich haben will schnappt mir skorpiko vor der nase weg machst du eine schrotze ich habe kätzung ich habe eine ich will ich nicht ich gehe mit der musik hören ich komme mal kurz rein weil ich glaube da gibt es ja hoffen ja eine jutsch und ich will keine jutsch naja was hast du und jetzt ist eine schotze weiße schrotz ich will aber jetzt hier da kriegst du die schrotze was bist du ich bin weggelaufen dass der jutsch da habe ich deine sniper hingelegt die aufblöde tür wo ist die katze ich weiß nicht mehr wo ich die formierung was die steht vor mir gesagt die katze nein was er trugen gerade wie die ist schwanger was war das verfliegen granaten warum oder explosive fässer da ist jemand gestorben wo das was du da ist niemand gestorben da ist jemand gestorben warte moment wo ist er denn überhaupt also kitty ist hier so weit um das sagt ist das so ja ja ich bin da lieb und nett und ja ist klar wo seiten hier ich möchte ja gut er kauft den radar dann weiß das schwierig ich habe eine waffe ja ja der tote hat aber fest weiß wo man ziel auf mich warum schießt und fang mich warum denn ich bin ja 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 kam rein dann hätte ich kipp dich schon lange gekillt oder glaube ich denn nicht komm rein wenn du dich vorher habe ich auch einfach so gemacht nein ich bin ich wieder hoch ich hasse das wenn ich auch da drin granaten rumzuschmeißen habe ich gar nicht wozu teufel seid ihr lüge kauft ja dann weiß das ist aber ich tun warum brauche ich dir nicht das kann ich dir nicht sagen also schlau es wäre nicht gekillt nachdem ich dich angeschossen habe gehört und selbst behauptet noch weil noch mehr schaden das ist das wie blut soll jetzt auch möchte oben rum warum läuft du oben rum warum liegt ein toter wo liegt ein toter ja der liegt immer da jetzt mal reinkommen gucken nein warum nicht ich habe nur vier minuten zeit du wirst nicht sehen ernsthaft ich werde auch nicht vor der tür stehen oder so kauf den radder dann siehst du es wenn ich in die ecke und drehe mich um jetzt komme ich nicht mehr raus oder was okay wenn ich gleich topen war es wirklich rum ist wo bist du ja hinter dem zug oder dass ich verbarrikadiert hinten dann am zug entlang vorbei laufen oder was dass du die fester kaputt die deine kisten kaputt geschossen nur eine wenn ihr jetzt aufmachst kannst du mir nicht schon geben oder was nee ich komme ich komme ich komme willkommen nur die ruhe nein ich hasse es eingesperrt zu sein warum schießt mich wurde geschossen glaube ich nein wo bist du hier aber sie ist wanted ich habe angst ich gehe raus er habe ich doch gesagt komm mit wenn ich jetzt topen was sie ist falsch damit wir lang nicht dadurch zack so ich hab dich im visier also komm ich nicht mehr zumal die hat die hat jetzt nicht möchtest du weg das ist nicht gut hinter mir kommt normalerweise jetzt raus ich habe jetzt ab für euch ich habe angst und mich lässt du mit der brutalen da allein schon längst weg du hast warum explodiert aber es weiß ich nicht ich weiß nicht mal explodieren die fässer auch von alleine da ist ein rum in der schießt auf mich ich bin bei dem haus mit der musik ich komme wieder richtung zug und so wie er lacht war es doch wo bist du ich bin jetzt wieder ja ich bin gerade zum zug zurückgelaufen wer ist das hey warum schießt du auf mich ich habe vor seine füße geschossen weil er schießt auf mich wenn er immer auf mich schießt ich habe nicht auf mich geschossen das war ein berechtigter verdacht es kam ein schuss in meine richtung ja ist ja gut und da bleibt oder oder baby ich habe beides gehabt ja aber spiel ich finde boomerang total zu kopzen ich mag den die besprechen gibt der wohnung über oder er würde ich wusste ja nicht das ding tot ist ja wenn ich auch was schießt meistens tot zum namen vergessen mit dem tod ist ja das ding ist irgendjemand im roten haus gut kann ich das abfackeln tun sie dem ich hab bloß eine fässer explodieren lassen die waren nicht sehr weit weg von mir ich weiß wie schön dass du das weißt aber die waren genug weg dass du leute hört immer auf dort womit ich bin genau hier hinten gewesen ja stehe da nicht getroffen hat es dich getroffen weil ich um die ecke gerannt bin vorher ja ich habe so lange gewartet gibt es die retten über die auch explodieren lassen können es gibt keine granaten mehr wo sie ach da ist das klo nein da will ich jetzt nicht rein dass es brennt aha sie ist im traiterraum das klo ist das traiterraum was ich kenne es nur von den displays von grondt dass die sich da mit dem klo aufgehalten haben zu kacken ich kenne das klo nicht einmal hier gibt es nicht wo du mich gefunden hast du bist verletzt warum bist du verletzt ja weil ich das meister vom feuer verbrannt worden habe ich gerade gerufen ach so wo bist du ich könnte der headshot da bist du bitte die ganze headshot geben können so pass auf guck mir mal nach hier ist das klub bist du jetzt ach da ist das klub ja aber das klo ist doch kein traiterraum danke wie komme ich da runter weiß ich nicht ich weiß ja nicht mal wie ich hier aufgekommen bin das ist immer gut es ist wie eine roten haus das rote haus so munition kann ich gar nicht wegschießen schade ich dachte der explodiert auch nur die mit dem brandzeigen darauf explodieren munition meint ich war es nicht habe ich schon wieder schaden gekriegt brandgranate genau vor mir geworfen ich kann jetzt hier nicht durchlaufen weil ich sofort schaden krieg dann musst du da stehen bleiben bis es weg ist bis der eingespürt alles auf eric der versucht mich zu killen zeugen umbringen ja richtig beschützen so wie vorher und dann war es doch du ja bitte wer ist das rum ist bei mir wieso tötest du mich jetzt nicht einfach weil ich nur eine youtube und ich weiß dass du mich vorher killst doch sonst würde ich es wahrscheinlich einfach nur weil er mich dauernd verletzt ich habe sogar noch eine diegel freudig kauf den keks los ich habe noch eine diegel mal könnten würde nicht mehr nein geh weg von hier hoch die ziel auf achte seine killer kitty wenn du springst zieh dich immer noch zwischendrin auf deinen arsch du ziehst auf mich aha ja ich schieße gleich die leute hinterher ja ja eigentlich nicht sagt was braunens entry eine brandgranate auf deutsch damit ich dich abfackeln kann damit du mir nicht mehr hinterher läuft dass vor mir ich bin heiß genug ich muss nicht brennen wo man schießt ja gut mich hat er nicht geschossen ich habe es gesehen geschossen habe wieder was gefunden was hast du gefunden ich habe es gesehen genau dahin jedes mal er schießt immer genau dahin wo ich hinlaufe krank mann wieso ist denn hier nichts lustiges ist es jetzt dann wieder ich mache mit auf mich wurde geschossen ich will nicht ich gehe komplett die leitung hier drüben ich sehe dich du siehst mich unter dir ist eine granate ah ja danke super fallschaden eric was machst du da rauf und da rauf und da sind zu früh nach unten geguckt sie nimmt ein sniper ja damit kann man hier von hier oben was erzählen rum und spürt sich selber ein ok nein ich lasse die hexe brennen bitte was so wenn ich truppe immer so gut man da kommt zu mir jetzt doch nicht mehr rum ist echt frisch geworden ok kitty ziel auf mich was bist du da hinten steht ich gar nicht ich sehe nur dieses laternen dieses komische ding das hohe aber auf mich wird auch gesagt da bist du ich habe das dahinter gezielt du hast ich war vorher da drüben ach so ich sehe das nicht ich sehe ich aktiv werden jetzt möchte man töten ja dann wer aktiv soll ich wenn du der traiter bist das ist doof ist wieder weg da genau da bin ich auf der seite dich an mich an ich habe angst wenn du auf mich zielst du das neipa ich ziele gerade nicht ich bin vom weiten bloß weil ich so schnell den ding gar nicht trägen könnte aber wo ist da unten ist rumen hinter dem zweiten silo sehe ich leider von her nicht da also da ist er schlacht und auf dich geschossen nein jetzt wurde auf mich geschossen ein killer kitty war nein ich habe keine brandgranate zwar eine brandgranate zwar seine eigene habe zu lange gewartet ich wollte eigentlich werfen sonst jetzt muss ich mir eine neue suchen das tut die zielt immer noch auf mich ja natürlich weil du ja um mich herum stehst eric sehe ich nicht mehr ich habe was gefunden du für eine woche eine ganz normale gesehen ja ich sehe sie nicht die war für deswegen gefragt ja und ich habe aber nicht zu sagen ja du hast du mir nicht zu sagen ist 28 27 15 14 13 ab 10 schieß ich leute ich habe angst 5 4 3 1 habe ich jemanden getötet warum hängt bei mir du warst du warst es tatsächlich so hast du nicht angefangen leute umzubringen und ihr dieses mal nicht zusammen gekommen seid ihr immer zusammen genau jetzt aber ich habe einfach gerade gesucht für granaten verlust die sind wenn ich mich extra für die jihad bombe entscheide seid ihr nicht zusammen ja jetzt willst du nicht dass wir gemeinsam rumlaufen und dann ach so kommt ja kommt ja komm ja wir mal was einmal neu hier ja 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 wo seid ihr möchtet wählen und da seid ihr hat geschenkt gefunden ach was ich ruf was hast du alles was sollt ihr ich gehe ins klo ich kann mich selber ich kann meine ich will ich einspielen warte mal warte mal warte mal ich will nicht werden beim kacken ich will hier nicht sein ich will wieder mein klo hä wie hast du mich jetzt noch getroffen ich stand doch schon dahinter ich wollte jetzt einspielen und dann würde er von rumen erschossen ich habe das geneigt ja das habe ich nicht erschossen ich habe ich weiß ich habe mir gekriegt 50 leben nur leben aber eigentlich leider hat sich das vorstellen aber okay zur strafe bin ich jetzt richtig durchgeflogen erik spring mal bitte rum also ich glaube das mit dem romen kammer und und uns gar nicht sein lassen springst du mal bitte also tot kann man nicht sein nein da steht also direkt vor mir tut bloß nichts ja vielleicht will seine mama gerade irgendwas kann natürlich sein okay das sollte eigentlich nicht in der aufnahme sein aber okay innocent und apropos es wäre nur noch schön wenn ich wüsste wo du bist damit ich weiß worauf ich achten muss wo wäre es du meine maus fack ab kann nichts tun muss wissen wo ich bin ja hier wo haben wir das jetzt war habe ich ihr jetzt getroffen weiß ich nicht ja hat er schaden ja verdammt viel nicht gut das ist ja ganz sicher ganz sicher bin mir nicht sicher ob ich dir das glauben sollte du traust mir doch sowieso nicht das ist überhaupt das werde ich dir nicht mitteilen wahrscheinlich wieder am sniper oder nein 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 warum glaube ich dir das nicht weil du mir sowieso nicht glaubst ja doch meistens glaube ich dir nur wenn ich spiele nicht sag ich doch du bist auf sniper Moment warte mal irgendwas ups oh eric ist raus pc sperre ah ok na dann bist du traitor nein ich bin er nur du bist traitor wenn dann oder eric dann ist eric da schieß ich ganz ach ne ich hab nur 50 leben verloren da schieß man ganz ja dann hat sich das jetzt eh erledigt ja dann ja ihm auch Moment ähm so dann war es das für diese runde schon nachdem eine pc sperre eingetreten ist ich hoffe die folge gefällt euch trotzdem Tudelü Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020